Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Du gegen die Wildnis abgestürzt. Ein Netflix-exklusiver, interaktiver Film. Was können wir hier erwarten? Worum geht's? Bei einem Flugzeugabsturz verliert Bear Gryll sein Gedächtnis und da macht er auch gar keinen großen Tamtam drum. Wir sehen, wie er aufwacht nach dem Absturz und bittet auch gleich uns den Zuschauer darum, Mensch, er hat sein Gedächtnis verloren, er wird unsere Hilfe brauchen, um hier irgendwie rauszukommen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist an und für sich das Konzept der Interaktivität. Das fand ich an sich, ich finde sowas immer spannend, wenn man mal was Neues und Interaktives ausprobiert. Was mir allerdings weniger gefallen hat dabei, ist die Umsetzung an sich. Denn es ist ein bisschen nervig, wenn uns Bear wirklich ständig alles immer so erklären muss und vor Augen führt. Wenn man an vielen Stellen wirklich unsere Entscheidung einfordert, dann müssen wir mit der Fernbedienung so schnell zwischen ein, zwei bis drei Optionen auswählen, was er jetzt als nächstes tun soll. Etwas schade fand ich, dass die Auswahlmöglichkeiten teilweise nicht wirklich einen Einfluss haben. Denn ich sage mal so ein Beispiel, oh, gehe ich jetzt A den schweren Weg oder B den leichten Weg und man sagt in dem B den leichten Weg und dann sagt er, während er B geht, oh Mensch, wie schwierig und anstrengend das hier doch alles ist. Dann denke ich, da hätte ich ja auch Weg A nehmen können, weil wenn er was Anstrengendes hätte haben wollen, dann hätte das ja auch schon funktioniert. Dann hätte ich mir jetzt nicht das Leichte geben sollen. Und das ist einfach so ein bisschen inkonsequent in den Entscheidungen, weil man hat so das Gefühl, dass man so wahnsinnig viel Einfluss auf die Story da irgendwo nicht nehmen kann. Dann muss ich noch dazu sagen, es ist ein bisschen unglücklich. Man kann sich in diesem Film aufgrund von Fehlentscheidungen auch verrennen und dann, ja, ich will nicht sagen stirbt der, aber das Blöde ist, dann ist die Szene zu Ende und dann fragt einen das Ganze, möchte man von Anfang an starten oder von einem zurückgesetzten Punkt? Und wenn man auf den zurückgesetzten Punkt springt und noch eine Szene nochmal sehen muss, dann kommt noch eine weitere Schwäche des ganzen Films zum Tragen. Und zwar, es ist über weite Teile einfach unglaublich zäh. Sich das einmal anzusehen, das macht irgendwo, ich sag mal, Sinn, das kann man mal machen. Aber wenn man dann das zweite Mal die Sachen sieht, also, oh, das ist so unglaublich zäh und trocken, wo ich mich da auch wirklich frage, wer ist von diesem Film eigentlich die Zielgruppe? Weil wir haben es für Erwachsene, wird hier wirklich alles für komplett blöde erklärt über weite Teile und das ist halt nicht so ganz glücklich umgesetzt, wo man denkt, okay, hier werden vielleicht Kinder angesprochen. Wobei, für Kinder halte ich das Ganze für so unglaublich zäh. Also, Mensch, ich habe wirklich mehrfach überlegt, ob ich das Ganze jetzt zum Ende bringe oder abbreche. Die Filmlänge, die hier angegeben wird, ist mit 25 Minuten relativ kurz. Ich muss aber dazu sagen, durch meinen etwas verrannten Punkt und einen etwas scheinbar zu früh gewählten Rücksetzpunkt, der diese ganze Wiederholung dann ja auch beinhaltete, war vielleicht ein bisschen doof vom Ablauf, aber so kann man es ja scheinbar mal durchführen, fand ich dadurch ein bisschen sehr zäh und ich habe auch, glaube ich, am Ende des Tages da, ich glaube, eine knappe Stunde dran gesessen. Also, die 25 Minuten Laufzeit konnte ich jetzt durch die Wiederholung nicht bestätigen. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Technisch sei gesagt, das Ganze liegt in 4K UHD vor. Die Bildqualität ist durch die Bank auf einem sehr hohen Niveau, da gibt es nichts zu beanstanden. Ja, die tonale Umsetzung ist wirklich recht sauber, aber sehr unspektakulär. Die ganze Zeit sind wir mit der Kamera so bei Bär und er erzählt uns halt die ganze Zeit was. Das ist halt die akustische Präsentation und hier und da hört man mal ein Hintergrundgeräusch, aber das ist an und für sich sehr unspektakulär gelöst. Als Fazit bleibt für mich festzuhalten, wir haben hier einen interaktiven Film, in dem man als Zuschauer so von Anfang bis Ende wirklich vollgelabert wird, muss man ganz ehrlich so dazu sagen. Es ist auch keine Interaktion nennenswert irgendwo vorhanden. Es ist halt einfach nur, wir stehen neben Bär und er erzählt uns die ganze Zeit irgendwas. Entweder erzählt er uns, wie die Welt funktioniert oder er fragt uns, muss ich erst was essen oder was trinken und das ist so der Punkt, wo ich denke, das ist so irgendwie so unfassbar inkonsequent umgesetzt, dass es irgendwie sehr wenig Glaubwürdigkeit ins Heimkino transportieren kann. Von mir bekommt du gegen die Wildnis abgestürzt ein Stern in meiner Wertung, meine Minimalwertung, die ich vergebe, denn der Film hat nahezu gar keinen Unterhaltungswert. Im besten Fall ist es okay, sich da mal was anzusehen. Richtige Highlights gibt es wirklich nicht, es ist über weite Teile zäh und langweilig. Sobald man eine Wiederholung hat, ist es richtig grenzwertig langweilig, muss man dazu sagen. Also ich habe mich bei meinem wiederholten Durchgang auch erwischt, wie ich immer mal um 10 Sekunden gesprungen bin. Man kann jetzt nicht so durchspulen durch die Szenen, man kann immer nur 10 Sekunden vor- oder zurückspringen. Das ist sicherlich dem interaktiven Element geschuldet, aber da drückt man dann gefühlt bei einer Wiederholung mehr auf der Fernbedienung rum, um diese 10 Sekunden immer vorzuspringen, bis die nächste Entscheidung kommt. Das ist halt irgendwie alles sehr unglücklich umgesetzt. Eine Zielgruppe lässt sich in diesem Film nicht ausmachen. Für Erwachsene ist es einfach zu stumpf, zu dämlich gemacht. Es gibt auch zu viele doofe Erklärungen, die wirklich banal sind. Und für Kinder ist es einfach zu zäh umgesetzt, womit es wirklich offensichtlich keine Zielgruppe gibt. Und dieses Experiment, es ist interessant, es ist toll, wenn was Neues kommt. Aber das, Netflix, das war einfach ein Schuss in den Ofen.